Ich hoffe, dass El Machismo mehr drauf hat als diese Jungs. Wow, nicht übel, das muss man dir lassen. Genau so macht man das. Lasst uns loslegen und gewinnen! Keine Sorge, ihr kommt schon wieder rein! Und er geht in Führung! Ich bin schon Paparazzi! Vergiss nicht, was ich dir über's Driften gesagt habe. Das wird hier sehr letztlich sein. Das war klar! Das hier ist ein Doppelsträger, das ich je gesehen habe! Lightning hat keine Chance gegen uns. Kein Grund, sich aufzuregen! Konzentration bitte! Das ist ein Doppel. Oh! Der Bolzen! Gib Acht auf den Bolzen! Sie kämpfen in den Kurs und leisten sich Sprint auf den Geradenstrecken hier in Autobia. Zu was für ein Rennen! Nicht vergessen, Kinder, ich bin ein Profi. Lass sie nicht näher kommen. Fektion 4! Rennsport ist ein Kontaktsport! Und wo heißt Leiden? Ich weiß nicht, wie du die Kürze in die Kürze in die Bedingungen zu machen. Das war gar nicht! Oh! Das war heute eine staubige, aufgebende Angelegenheit. Aber wir Autos wollten es so hart. Kleiner, du musst da draußen gehen, aus und abbrechen die Sorge, in dieser Nettstrecke. Bis zum nächsten Mal.